Apple hat sich beim neuen iPad weniger auf technische Innovationen konzentriert, als darauf, gute Hardware zu einem sehr guten Preis zu bündeln. Das iPad 6 kostet in der günstigsten 32 GB Version nur 350 Euro und ist damit das aktuell attraktivste unter den leistungsfähigen 10 Zoll Tablets am Markt. Erstmals hat Apple bei einem iPad, das nicht der Pro-Reihe angehört, die Pencil-Unterstützung eingebaut. Das iPad 6 reagiert gut auf unsere Stifteingaben und stehen die gleichen gestalterischen Möglichkeiten wie bei den teureren Pro-Modellen zur Verfügung. Der A10 Fusion-Prozessor im Inneren des Tablets stammt aus dem iPhone 7 und ist im Vergleich zu aktuellen SoCs noch immer sehr leistungsfähig. Auch rechenintensive Anwendungen laufen auf dem neuen iPad schnell, das Betriebssystem reagiert insgesamt sehr flink. Mit dem iPad 6 hat Apple der Tablet-Konkurrenz ein Schnippchen geschlagen. Das neue Tablet bietet eine starke Leistung, eine hochwertige Verarbeitung und vor allem ein gewisses Maß an Updatesicherheit. 350 Euro sind dafür ein sehr guter Preis.